so ein mantel geht den gleich war die da hier weiter du guck dir mal an identifizieren umhang der unauffindbarkeit kann nicht durch magische mittel wie zauber und sichbares entdecken und erkenntnis zauber entdeckt werden ob man oft unauffindbarkeit flüstern der stelle berichten soweit wurde dieser umhang für eine der besten einbrecher familien geschaffen die jedes nach jedes nächtens ihr unwesen getrieben hat und offensichtlich wurde der umgang seine aufgabe gerecht denn es gibt keinerlei hinweise auf seine früheren besitzer sehr nett warum ist ach so wer die ganzen edelsteine nicht verkauft die die wollen geklaut hat dann kriegt das alles mal kalid so säure pfeile die werden wir auch weiter reinpacken dann kriegen wir etwas mehr platz hier so ok unter meiner würde ja nicht mal kurz ob die tasse was wertvolles dabei hatten ach ne schildspruch rolle ist wenigstens etwas edelsteine schon ein bisschen mehr 3 gold ist nichts wert blaustein heizkette und schmieren kalid bewahrt du das war alles auf für uns so darf dann muss zeug zum minsk was wollt ihr gut wenn wir machen bis richtig dick das fleckchen auch darauf ja der mantelwald der bedeutet spaß für alle außer uns natürlich die wir hier durch wollen ich glaube nämlich so ziemlich alles hier wird versuchen uns zu töten außer die bäume vielleicht und die eichhörnchen die hier leben aber die jungs hier zum beispiel der ganze company zeit für ein blut komm her letzter union dann auf jeden weg so das war es mit den ognions der ist praktisch und wieder hier hat level abgekriegt das machen wir doch gleich mal eine stufe höher stumpfe waffen dass sie mit ihrer stabschneuder besser umgehen kann und zauber vergeben ein feuerball mehr haben wir nicht ja unter meiner würde noch die definizieren schriftrolle was ist das tiger kaurisch oder was steht da tiger kaurisch kaurisch tiger kaurisch schneckenhaus kette ah ja wahrscheinlich ein besonderes schneckenhaus zu sein was wollt ihr beinahe unter meiner würde nebenbei wir sind ihre zauber eigentlich auf der ersten stufe zurzeit eingestellt nur ein identifizieren und vier magische geschossen nebenbei magische geschossen welche stufe hast du jetzt sechs ok nee wir kriegen auf stufe 1 3 und 5 7 kriegen wir das nächste magische geschossen im augenblick verschießt sie drei stück ich glaube aber mit der schriftrolle verschießt sie mehr naja wenn da nicht so heftige gegner kommt können wir das mal ausprobieren aber hey drei stück ist schon mal besser als gar nichts karlit hat was entdeckt gegner mäßig ist oh wow wow nein worke meine klinge wird euch zurecht stützen worke die nicht fliehen wollen worke die tot sind ok ich glaube doch langsam mal dass ich hier im ersten gebiet erst mal etwas umsattel auf normale pfeile wir werden uns wahrscheinlich eh einmal zurückziehen müssen aus dem mantelwald sachen verkaufen neue pfeile kaufen und so weiter so jetzt denke ich das gebiet eben zickzack ab er auf und dann gehen wir ins nächste in den nächsten teil des mantelwaldes ja wir müssen die mantelwald einmal durchlaufen beinahe unter meiner würde wahrscheinlich weil wir sonst so den pfad verlieren zu unserem ziel so jetzt hier lang ich glaube der zweite mantelwald wird nervig abenteuer wo wird das kriere von schwerter der stoff auf dem legenden sind nicht wahr wo naja noch mehr tasse das löse ich ja keine wirklichen gegner und ich glaube das was die tasse hier trocken können wir fast schon liegen lassen ja wo markt im wald so toter tasse wieder mehr erfahrungspunkte für uns ich bin froh wenn sie level 7 ist hinter dieser level 7 ist dass wir endlich wieder den krieger benutzen können also unsere krieger fähigkeiten weil durch die dürften wir dürften wir dann arg viel bonus punkte kriegen auf vor allem auf die waffe und wir dürfen auch endlich wieder lebenspunkte kriegen wenn wir stufe 7 erreicht haben zwar glaube ich nur dass wir 6 plus konstitutions bonus kriegen oder 8 plus konstitutions bonus ich weiß es gerade gar nicht mehr und das werden wir ja beim stufenaufstieg sehen im augenblick hat es immer noch 84 was mehr ist als bei kallit und vor allem auch mehr als bei minsk oh hey du du hast hier ein schönes blumenbeet vor einem anwesen mit einem wirschgeweih bist du ein jäger guckt euch zu erkennen verzeiht mir beide unwirschen worte ich hier durch für jemand anderen wenn ich mich vorstellen darf ich bin all des saschen star ich muss um euer verständnis bitten ihr lieben gesellen ich befinde mich in höchstem bedrängnis eine bande ungeschlachter wilder ich habe hier aber nicht genau was das wort ungeschlachter bedeuten soll das muss ich mal googeln weder hat die absicht kundgetan meine freunde und mich zu töten ich stecke so seit tagen dieser hütte fest und habe bislang keinerlei möglichkeit zur frucht gefunden vielleicht seid ihr ja seid ihr freundlichen herren bereit einem in not geraten mit menschen zu helfen nun talisa ist gottgläubig geworden und ist sowieso neutral gut deswegen helfen wir gerne ja ihr wackere männer ich bin erfreut dass sie so viel anstatt im leib habt einem menschen in meinem lager zu helfen wahrscheinlich ein menschen in meiner lage ich will euch meine zwangslage schildern meine freunde und ich kommen eigentlich hierher um zu jagen was eigentlich noch nicht ganz so verwerflich ist ein hirsch zu erlegen geht ja noch vor allem müssen leute auch bei was essen dieses jahr allerdings hat es eine gruppe von wilden waldmännchen gewalt gegen leib und leben angedroht wenn wir unsere jagdausflüge nicht einstellen wir sind jedoch der festen überzeugung dass wir als zivilisierte menschen das recht haben zu jagen wurden wann immer uns danach gelüstet das klingt wiederum etwas negativ weil normalerweise sollte man schon ein bisschen respekt vor der natur haben nachgelüstet wir beugten uns den wilden nicht und setzt unsere jagd fort bis nach einigen tagen die wilden allen anscheinend von menschlichkeit verloren und ellbahn einer meiner engsten vertrauten töteten na gut das ist dann vielleicht etwas übertrieben reagiert ich bin sicher dass sie nun ein angriff auf unsere hütte hier vorhaben wir müssen uns folglich bereit machen die sehen nicht aus wie wilde ich habe keine probleme mit denen die meinen wald respektieren das ist schon bei der ansage eindringliche zerstörer unseres weines ich bin sediat bin gekommen um euch die strafe zuteil werden zu lassen die ihr verdient doch wer sind die männer die da bei euch steht wir führen keinen streit mit ihnen lasst euch und euch alleine das folgende sagen offenkundig habt ihr euch eure einfalt überreden lassen diese merkwürdigen gestalten zu beschützen bis wahrscheinlich haben sie nichts von dem druiden erzählt den sie kaltbildlich ermordet haben oh da wird ja hier sauer wenn sie von kaltbildlich ermordeten kollegen gehört ihr solltet nur die gelegenheit haben eure wahl noch einmal zu überdenken und diese männer ihren verdienten schicksal zu überlassen gehört nicht auf diese geifernden wilden meine liebten gefährten sie lügen wie man es von kulturlose barbara nicht alles zu erwarten hat ja das hier ist ein bisschen übertrieben was hier steht aber ich lese mal beides vor also erstmal die variante wo wir uns auf seine seite stellen macht euch keine sorgen alte wir würden euch keine horde wieder weit menschen überlassen das sind keine wilden weit wünschen das sind ruiden die sehen auch nicht mal wild aus die seite er vernünftig aus tut mir leid alte aber wir sind auf der seite der und ruin die haben das hervorragende wäre beisammen verteidigen davon und bei der rüstung scheuert ein bisschen die versteht also das ja der humor von baldos kätig ich liebe ihn eigentlich aber hier ist das fast schon grenzdebil und genau das leben wir auch wie seid ihr das wahnsinn wieder der worte wieder gemeinsame sache zu machen ihr verräter hier werde für eure hoheit büßen ok soviel zudem der war zwar nicht ganz so freundlich gesonnen hatte was interessantes dabei einen helden trank bastardschwert und eine diamanten ja so dann reden wir doch mal mit dem ruin ich gratuliere euch zu eurer weise entscheidung ich wünsche euch alles gute welche samtag über euch bevorstehen möge wenn eure anwesenheit in diesem wald mit denen zu tun hat die sich die als der eisentrum bekannt sind da solltet ihr euch den westen aufmachen sein vorsichtig auf eurer reise denn es gibt in den weltern viele heimtückischen bestien eine weitere gefahr besteht in einer schatten druiden sekte ihr ordn ist eine gefährliche splittergruppe des waren druiden uns so die verlassen uns bühner hier schau dir das hier mal an händen tränke was dort schwert was hat schwert plus 1 plus 3 gegen gestaltwandler was das schwert plus 1 bis 2 gegen gestaltwandler konter auf den ersten blick wird dieses schwert wie jedes andere bei wesenheit als gestaltwand das erwärmt sich jedoch die klinge und sehen fallet ihre kraft ihr name stammt vom ursprünglichen besitzer der waffe und seine geschichte war gezeichnet von enttäuschung und verrat auch wenn sie größtenteils in vergessenheit geraten ist es hält sich weiterhin das gerücht dass er einen stattlichen preis für diese klinge bezahlte aber er konnte mit den wirklichen charakteren der auf decken die ihn verraten wollten ihre namen und schandtaten sind allerdings längst in der geschichte verloren gegangen ein schwert das thalisa natürlich nicht benutzen kann deswegen kriegt es kann ich mal für den fall dass wir gegen gestaltwandler kämpfen gut frische schleuderkugel für dich du hast doch genug feile dann machen wir weiter so gucken wir mal wo seine kumpels sind oder ob er ganz alleine hier war komm mir ratschung abenteuer abenteuer